Aufnahme des Reichsrundfunks 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 Bei den Konzerten haben wir auch neue Kompositionen gehört Dabei hat sich überall herumgesprochen, dass der Führer mit besonderer Freude dem Werk beigebohnt hat Dies muss jedoch für Sie eine stolze Genugtuung bedeuten Hier ist Aufnahme des Reichsrundfunks Aufnahme des Reichsrundfunks Ihr wisst, ihr wisst, zum Hören und Behalten. . . . . . Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017